Gibt es einen Ort oder speziell hinweg? Nein. Du bist... Ich folge dir. Bis ans Ende dieser Welt. Ist okay. Dann lass hier hingehen. Hä? Ach da. Hä? Warte mal. Hä? Ja, ganz oben rechts. Fuck you. Was gesagt? Bis ans Ende dieser Welt. Was? Ich meine, die würde ich auch manchmal gerne probieren. Richtig aus, Lester. Ich hab grad Schmerzen. Vielleicht ist das Karm. Ich bin seit wir gesponselt. Ich hab so viel Kram gelootet. Und ich hab jetzt erst realisiert, dass ich die ganze Zeit keinen Rucksack hab. Loll. Scheiße. Mach der eigentlich. Mach der hinten. Bluten. So. Fahrzeug im Nordosten, aber sehr weit weg. Willst du einen... Ohne Schatz, wenn ich daran sterbe, ne? Dann stirbst du nicht. Du stirbst nicht dran, du bist nur getasert, du bist gelämt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der Winter ist hinter mir her. Ah, war schlimm. Der dicke Junge aus der Spildorfjagd. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was ist denn da? Ah, was an ihm. Na gut, einmal hat er mich. Bereit. Bereit. Na los. Gib ihm. Wir könnten gleich vorne beschossen werden. Aber ich glaub von da irgendwo kam ein Schuss. Soja. Dann fahren wir mal zu Tobi, ne? Ja, breit. Ja, breit. Ich bin ausgescheidig. Wurzeln, Leute. Geh' ne Frau aufgeh' ne Wand. Schieb' auch noch mal aufgeh'n. Wuhu. Du bist gesehen? Oh, Scheiße. Oho. 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 Ich hab' Melee verloren. Du bist jetzt ein Stein. Wir wollen jetzt noch einen guten Rang haben. Ich hab' ein bisschen wurscht. Hast du ein Schalli drauf? Nee. Ich schieß einfach. Ich schieß einfach. Ich schieß einfach. Jetzt lauf, Alter, lauf. Was ist denn? Lauf. Zone, Zone, Zone. Zone, Zone, Zone. Lauf. Lauf. Lauf in den blauen Schall. Blau. Blau rein. Jetzt stirbt wie ein Mann. Ja. Dust. Er war zweiter noch. Schön. Ja. Gut gemacht. Ja. Sehr schön. Schön gemacht. Doch schon mal. Er hat doch schon mal irritiert. Ja, aber ich mein' jetzt mit der Uzi? Ja. Ja. Ich hab' mein Screenshot. Mein einziger Papi-Screenshot ist basically mein Uzi-Win. Da war die ganze Zeit immer ein Bauen. Da sind Einzelnen auf ihn zugestürmt, komischerweise. Ja, obwohl ich außerhalb der Zone war. Ja. Hier ist ein Achtfach. Bringen wir uns Achtfach. Ja. Leute, könntet ihr mal bitte aufhören zu looten und mich hochheben? Äh, lol. Hat das nicht? Ich dachte... Ich wusste nicht, dass du in der Town bist. Unten links ist die Anzeige. Sorry. Ja, da hab ich drauf geachtet, weil ich Tobi hier ganz eingesehen hatte. Da hab ich immer die TV der anderen Leute herziehen. Sorry, ich hab mich um Tobi gekümmert. So witzig. Ich verstehe aber auch nicht, warum wir so weit wegfahren. Das muss man auch nicht verstehen. Das wär jetzt der perfekte Moment, dass Tobi gesagt hat, gewurzt gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. Ja, jetzt hat's echt nicht gemacht. Legt er auf den Dach vor uns. Ich seh ihn nicht. Gleich mit der Naht in der... Ach, da auf den Dach. Spürst du ihn? Nö, du spürst ihn anscheinend. Ist runtergesprungen. Rechts von dir irgendwo. Da. Ich bin nochmal aus. Nein, komm mal los. Wo mich? Du Sau. Ja, komm da noch. Steh! Steh! Da kommt da noch. Steh! Steh! Ja. Wurscht. Er kommt! Finish ihn! Finish ihn! Stopp, 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 stopp. Hol mich wieder. Hol mich so lange wieder. Hol mich so lange wieder. Jetzt, jetzt kann's sein. Gut gemacht. War wieder da. Nein. Deswegen krieg ich immer die vollautomatischen Pistolen und OCs bitte, danke. Garne, garne. Ne, Lea, Tobis Chip. Ich hab auch so einen Blue Chip Transmitter, soll ich's damit machen? Mali, komm her, komm her. Danke. Alles klar. Ich bin ein Rentier. Hm? Ich bin ein Rentier. Weiß ich, wenn du hier rennst. Ich hab sogar ein kleines Schwänzchen. Ach, Scheiße. Das wissen wir, Delta, aber... Und du bist so ein... Das war aber ne gute Vorlage. Du bist so ein Halbzeit. Den musste er nutzen. Da war's das aber schön, Delta. Warte, kriegst du meins? Mali hier? Ich brauch zurückfahren können. Na gut, dann... Hat jeder ne Dreierweste gekriegt, oder? Ja. Ja, jetzt auch. Oh, na, oh, hier. Im Silkanister. Das ist ein scheiß Zufall. Jetzt kommt's Treppe hoch, liegt Dreierweste hoch da. Ach, lol. Okay. Ransch der Hauptstraße eigentlich ziemlich lange folgen. Also jetzt, äh... Die nächste Möglichkeit rechtsseits. Und dann der Straßenweichen folgen. Rechtsabbiege in 300 Metern. 300 Meter. 100 Meter. 50. Rechtsabbiegen. Rechtsabbiegen. Wir haben den Ausfahrt verpasst. Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte wenden. Ja, der Nächsten. Möglichkeit linksabbiegen in 500.000 Metern. Da oben, siehst du, darf ich hoch. Da war eigentlich schöne Aussicht. Sie haben soeben die Straße verlassen. Ihre Versicherung wird neu informiert. Kannst du dich von da hochfahren? Probier's auch. Ich glaub nicht. Das wird dagegen knallen wie Sau. Nein, 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 nein. Na, ist doch kein Audi Quattro, ha? Ja. Ist kein Quattro. Ist nur Neox. Neox Blanco. Hinter uns, Melli. Wollen wir kämpfen? Was hinter uns? Feind. Ganz schlechte Idee. Na oder weit? Ne, hinterm Hügel direkt. Ausgenockt zwei Leute. Was? Einer liegt da. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab alle. Alle tot? Ja. Drei Leute ausgenockt mit, äh, Dings. Mit Dings? Was? Splitter und zwei, äh, und den letzten AWM. Ja, du bist ja ein Profi. Warum Thorsten gar nicht mehr? Du wärst doch so mein Anführer. Nein, nur dann. Gegner kommt, Gegner kommt. Gegner kommt. Hält an. Steigt auf. Ich hab einen Fehler gemacht. Oh, ich hab einen Fehler gemacht. Oh, ich hab einen Flieh. Beide tot. Tobi, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Geh weg, Tobi. Ich hab einen Fehler gemacht. C4. Fack die. Alter Schwede. Das Problem ist, da vorne sind, äh, Schicker auch umgekommen. Daaa. Na komm. Ja, Alter. Wir haben Tobi verloren. Kannst Tobi doch nicht fliegen lassen. Der ist tot. Kann sein Chip mitnehmen. Ja, wie denn, wenn die auf uns schießen. Machst du. Ja, da, 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 da. Ihr wolltet... Entscheidet euch. Da ist ein Auto. Du müsstest auch mal in die Zone, ne? Ich weiß. Oh, fuck. Gib einfach gar an, die könnte ich rausschießen. Bleib auf der Straße. Wenn, die guck mal nach hinten. Gleich. Ja, viel langsamer als hier. Alter, Delta. Alter, Delta. Nein. Aussteigen, aussteigen raus. Weg, 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 weg. Weg von der Straße, weg von der Straße. Ja, fuck. Schaade. Egeil, was wir für Kills gemacht haben. Melli drei Kills, ich drei Kills. Delta war auch dabei. Wir haben alle drei Kills. Tatsache, neun Kills. Delta war auch dabei. Delta hat den meisten Schaden gemacht. Das war ein Joke, man. Hacking, ey. Weißt du, wie er hier... ...carryst das Game und dann kommt sowas. Ja, das ist ein Wüstendorf oder Wüstenfestung. Okay. Und die Gegners? Ich kenne mich noch nicht so aus. Wo ist die Gegners? Wo ist der Helm? Wo ist der Helm? Ich brauche einen Helm. Ähm, ähm... Was ist das? Lebst du? Du lebst. Ähm, da ist ein Helm. Äh, da hast du ein Bezinkanister zufällig? Ne. Oh. 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 Oh, what the fuck. Bei mir ist halt hier noch gefahren, sorry. Ich such mal schon mein Fahrzeug. Ey, ich hab ein Zweier hier stehen. Aber auch nur ein Zweier. Ja, dann hast du... Motorrad ist hier noch. Hä, hier ist doch... Bist du blind? Bist du doof? Das ist ein kaput... Das ist ein Deko-Auto. Okay. Ist okay? Ich bin doof. Du bist blind. Komm, wir fahren weiter nach hinten. Komm, Leute. Also ich schieße nur nach rechts und du nur nach links, Konrad. Ich nur nach links. Okay. Tor rechts von uns. Ja, ja, ja. Ich komm. Ich versuche hier ein Leer zu kommen. Der ist alleine. Der hat sich überschlagen. Wer? Der ist er. Komm, ich bin voll weggerotzt. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Ja, der Schlagschütze trifft mich. Du bist doch nicht in der Zone dran, oder? In der Richtung sind die Gegner am nächsten. Ich verstehe auch noch. Ich verstehe doch noch. Wer ist denn noch? Ja, der hat mich abgehakt. Äh, warte. Da ist er. Blauer Feng. Gut gemacht, Thor. Thor, ich hab mal ne Frage. Ich hab mal ne Frage. Du hast einmal Upsi gesagt. Kann das sein, dass du mir in den Rücken geschossen hast? Ja. Wollen wir uns mal hierhin wagen. Folgt mal gleich dem Thorsten. Ja, folgt mir. In den Tod. Also wenn ich 10 Booster-Gegenstände plündere, krieg ich nen Schalldämpfer für ne AR. Thorsten. Ja? Du hast jetzt in-game mehr Follower als Delta bei YouTube. Der war gemein. Der ist frei, der ist frei, der ist frei. Mach ihn fertig. Ja schon. Habe ihn, hap ihn. Hälp mich auf. Fuckin Kakel. Hälp mich auf. Hälp mich auf. Hallo? Wo ist Horsten? Wo ist Horsten? Nein, du befasst mich nicht. Sehr schön. Da klaut er mir ernsthaft meinen Car-Kill, weißt du? Was für ein Arsch. Na, kommt der da ruhig nach. Dann fahr los. Los, fahr, fahr, fahr. Achso, ja, ich habe ja auch ein Auto. Außerdem habe ich das schnellere Auto. Der Auto ist schnell kaputt, aber wir können mal gucken, ob er irgendwie vorbeikommt. Hier gab es ja teilweise Eis. Ich weiß nicht, deswegen kannst du, Tobi. Ah. Oh, fuck. Ja, nein, nein, komm. Ja, 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 ja. Und dann sollen wir noch mal sagen, ich kann nicht Auto fahren in diesem Game. Oh, fuck. Oh! Ah! verursache schaden benutze booster gegenstände eine blendgranate brauche ich ich habe keine ach so ich habe mir dann kann ja hier dann haben wir eine blendgranate ausversehen aufgehoben hier weil ich dachte du hast gesehen wie ich die blendgranate aufgehoben habe und dann habe ich geguckt und ja jetzt habe ich ein großes medikit gekriegt natürlich aber ich habe es nicht gesehen ich habe einfach nur gesagt weil du hier bist und ich dachte du nutzt eben mit mir ob da irgendwo eine liegt aber das war jetzt reiner zufass mega das kommt in die highlights ja ich hatte eh kaum noch leben von hinten von hinten tobi das fahr weg tobi das hat keinen sinn mehr ja fahr bis sie mich nicht treffen jetzt ist aber weit weg vom delta ich denk mir so der sieht dich doch leute lauf 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 11 lauf 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 einfach nur lol Wie hat das geklappt? So was, was ich wohin fährte, dann wird Geschichte. Wo wird's hin? Ah, scheiße. Baum. What the fuck? Ja, Map-Cooker. Robi ist ein Map-Cooker. Oh Gott, ich gucke viel einmal auf die Map und dann ist es okay. Die meiste Zeit fäng ich auf meinem Map. Verstehe ich nicht. Du wolltest nur innen drücken und der Rest ist doch scheißegal. Ohne Scheiß, sonst lass mich fahren. Ich hab sogar ne Waffe, dass ich rausschiefen kann dann. Und ich hab oft genug bewiesen, dass ich gut fahren kann. Brauchst du beim normalen Auto fahren auch ständig aufs Navi? Nee. Er guckt auf die Landkarte. Auf die Landkarte auf dem Atlas. Hier ist kein Verkehr. Stau, ich verstehe nicht, warum hier Stau ist. Meine Karte sagt 4s. Ich verstehe schon, dass Tobi dann nur wünscht, indem man anders fährt. Da ist er nicht gewohnt, dass er noch mal nicht auf die Karte guckt. Da ist er nicht gewohnt.